Hallo und herzlich willkommen zurück zu Trump in Terrorist Town, mit dabei sind ganz viele Leute. Einmal der Traitor, Mr. Wanwar. Äh, hallo. Der Reaper. Juhu. Wanwar ist ein Traitor-Kollege, der Inno-Traitor-Snake. Guten Tag. Der Panda. Hallo. Der Johnny. Sag ich Wanwar. Der Flori. Hi. Der Antana. Ja, ja. Detektiv-Cyberbot-LP. Guten Tag. Mein guter Kollege, der Streuch. Hallo. Und die Navo. Hallo. Das war's. Oh, man kann das Stargate ja doch von der anderen Seite öffnen. Entschuldigung, das lenken wir sind mehr als sonst. Äh. Ach. You don't say. Meine ganz kurze Frage. Das nächste sagt Kollege zu Spreu. Ja, er ist doch nett. Das ist doch seine besondere Ansage. Mach ich auch als Sinn. Das ist gross. Intruder-Alert. Und natürlich ganz wichtig, also wir spielen hier auf einer Karte von Stargate Atlantis. Der zweitbesten Stargate Serie. Und ich mein, ich hab hier nur einen Kollegen. Also Stargate Universe. Schreibt doch mal in die Kommentare, dass ihr auch Stargate Universe am besten findet. Mach dich nicht unbeliebt. Mach dich nicht unbeliebt. Äh. Achso. Die Tür öffnet sich nicht alles. Und man kann übrigens doch von der anderen Seite das Stargate öffnen, hab ich auch gemerkt, glaube ich. was das ist. Ja, natürlich kann man das. Oh mein Gott. Ja, ich dachte da wäre kein, keine Konsolen. Man muss es nur finden. Ja, ja. Hab ich dann auch gefunden, als ich da gespawnt bin. Oder. Mit Snail, wo ich schon Sorgen hatte. Was, lass ich dich schon bringen. Nein, du bist nicht mein Target. Was ist mit mir? Die Musik ist schon dezent laut, ne? Ach, findest du? Deshalb hab ich das Game jetzt schon leiser gemacht. Minimal. Was hast du überhaupt mit mir gemacht? GetTazer. Komm irgendwie raus. GetTazer. Ja, keine Ahnung. Ich suche auch gerade einen Ausgang. Ich suche einen Indiegel. Ich suche einen Indiegel. Nina muss gerade drunter so rein. Wolltest du denn? Du bist ja nötig. Ja, ich bin wieder da. Hey. Wie neu geworden. Dem, 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 dem. Ich glaube, wir haben ein Genie unter uns. Also hier bitte durch, Data. Irgendwie rutscht hier ein Stuhl rum. Ist schon jemand tot, kann das sein? Also wenn hier ein Stuhl hochrutscht, muss ja schon jemand tot sein. Huch, ich wollte gerade durchs Target gehen. Ich hatte erlebt. Ich glaub ich hab gehört, kann das sein? Chevron 2 aktiviert. Ich hab glaub ich auch selbst wieder gehört. Chevron 3 ist aktiviert. Wicht ne? Ich bin aber unterwegs. Ich bin aber unterwegs. Ich bin hier bei euch in der D. Ich bin oben dran. Wissen Sie? Wie... Wissen Sie... Oh oh. Wisst ihr noch, wie es den erstens... ... in der erörten? Ach du rutscht? Ja, ne. Yu-u-u-uh. Und bei Stargate SKy 1 genannt wurde, anfangs? Wie ne die Degel? Mh. Wh h. Äh, Chevron 1, eingeloggt. Ach, du meinst. Oh mein Gott. Ja, das ist ein Windesbetriebssystem, oder was? Du... Ich will mich ihnen verfolgen, das ist nicht normal. Ja, und... Ist nicht normal. Wenn du mich umbringst, dann bist du Traitor und dann rufe ich auch deinen Namen, weil du mich die ganze Zeit verfolgt. Ja, trotzdem. Willkommen zu einem neuen Abenteuer von Stargate. Nice. Streuch wollen wir gleich mal. Was? Ich hab das Gefühl, dass Let's Play Tide sich gerade in zwei Welten läuft. Die, die hier... sich um Stargate kümmern und die, die spielen. Hallo Reaver. Ich hab gehört... Alter, die Musik. Florik, shopst du gerade? Also ich, ich muss berichten. Ich habe oben einfach Genie gesehen. Ich hab gehört, dass Exitrator ist und dass man den erschießen darf. Äh, wieso? Meine Güte, man ist wieder paranoid und sieht falsche Dinge. Was hab ich denn gemacht? Ich seh tote Menschen. Wer meinte, ich hab gestoppt, da laufe ich die ganze Zeit was ist gegen dich. Au, ich bin angeschossen. Es ist Exe. Nein, es ist ja wirklich Exe. Was war Exe? Was eine Aussicht hier. Ja, ne? Äh, Nana. Sollen wir unsere Kräfte vereinen und Exe tun? Ja, eine sehr gute Idee. Finde ich auch. Schnappen wir ihn uns. Such den Tee, such den Tee. Jetzt sag mir wo. Was? Der Genie muss... Irgendwo hier hab ich das letzte Mal Exe gesehen. Der ist doch tot, oder? Nö, ich hoffe noch nicht. Ey, ich meine, ich hoffe schon, aber... Exe ist tot. Naja, wie jetzt? Ach, komm schon! Ich glaube, Wanwar ist der Zweite. Und ich freue mich hier die ganze Zeit ihn zu töten. Ich glaub's auch. Außerdem ist es Wanwar, der ist immer Trader. Und da wo kannst du immer Trader in der ersten Runde? Ja, in den Morgen und ist Inno. Eben. Wer ist Inno? Nun nicht. Nun nicht. Ah, das ist Exe hier. Der Stuhl bewegt sich. Weg von der Leiche, Wanwar. Ne, der Stuhl bewegt sich. Ach was. Und du bist auf gar keinen Fall bei Exe. Du hast doch gar nicht Exe gesagt. Ja, also ich bin schon bei Exe, aber... Ja, kein aber. Aber das ist halt ne andere Form, ne? Das ist Exes... Das ist Exes Stuhl. Ach so, ich muss was machen. Tschüss. Oh oh. What the fuck? Ach du Scheiße. Welcher Hobbylose war das? Ach Petio, alter. Na Wokar, du warst ein Zombie, richtig? Äh, ein indirekter Zombie, aber sie gehört zu mir. Alles klar. Mann, wie komme ich nochmal zurück? Ich versuche hier die Tür aufzukriegen. Jetzt geht nicht jeder auf und... Warum lacht ihr jetzt alle? Hallo? Keine Ahnung warum. Warum lacht ihr jetzt alle? Oh man. Oh mein Gott. Was ist denn los Exe? Ich bin seit... Die letzten zwei Folgen bin ich gestorben, als ich in Stargate gegangen bin. Exe hat's mitgekriegen. Du hast gesagt, ich muss was machen. Ja. Man sollte sich niemals mit einem Ex-Gefangenen der Race anlegen. Ich seh auch so... Ich seh auch so... Oh, ich muss das machen, schnell. Nee. Dan hat das gesehen... Oh shit, ich muss das machen, als da, wo ihn geschlagen hat, und schießt im Friendshiphaus ab und im Prompt-Deskais und lässt sich an Rattes kommen. Ach komm, hol dir auf. Oh man, vor allem das mit dem Prompt-Deskais einfach die ganze Zeit im selben Raum wie er mit dem Prompt-Deskais haben kann. Oh man ey. Du musst bei dem Stargate aufpassen, Panda. Du kannst nur in eine Richtung gehen. Oh man. Oh man. Sorry Johnny. Wie gehe ich dann da durch? Weil ich bin zweimal gestorben. Jetzt zum Beispiel kann man durch... Wir bewegen. Wir werden sterben. Nee, ich hab das von der anderen Seite aktiviert. Geht das dann? Ja. Nee, wir stacken ineinander. Ich hab das vom Raumschiff aus aktiviert. Von der Zwischenstation. Ja, ich hab... genau, ich dachte das wär ein Raumschiff. Du dachtest. Du dachtest. Ja, ich dachte das ist der Fehler. Endeffekt... Im Endeffekt ist es ein Raumschiff. Das stimmt. Denken ist immer meine Aufgabe. Johnny, weg hier. Ich will hier runter. Kann ich jetzt von der anderen Seite... Denken ist deine Aufgabe? Ich will dann nicht. Äh, ja. So. Nee, ich meine, weil ich immer sage, ich dachte. Deswegen. Kann ich jetzt hoch? Danke. Deswegen ist das meine Aufgabe, das zu sagen. Leute. Ach nee, das ist ja noch aktiviert. Oh, mir ist das langweilig. Oh, mir ist das langweilig. Ich muss die ganze Zeit runter weiterheben. Kommt jetzt noch jemand? Ey, 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 ey. Jetzt kann man das da gehen. Wer da von der... Quasi. Schatz der los. Ich habe Probleme. Kann der glaube ich vielleicht den auch nicht. Johnny. Johnny, der kommt da runter. Da runter da. Ich hab... Ach verdammt. Ich dachte man muss das noch einmal drücken. Was? Ripper, willkommen in den Fahrstuhl hoch. Wir können die hier hin. Ist da gar nicht den Dämpfinger gegangen? Nee, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich glaube, wenn hier jemand in den Dämpfinger geht, wird das niemand. Komm, scheiß drauf. LOL. Egal, ihr wurde geschossen. Ich komme. Scheiß drauf. Wer kommt? Oh, hier ist eine Leiche mitgegangen. Ja, Echse ist gekommen, deswegen... Äh, Ripper, du bist ab sofort Dr. Weir, ne? Mann, da hast du nicht geschossen. Ich schmeiß mal Johnny nach Atlantis runter. Oh Gott. Ich glaube, der Steiner ist gerade gestorben. Nee, ich bin da reingelassen. Ist der echt in die Wolke rein? Fast. Das ist keine Wolke. Der ist in die Wolke gelaufen. Ich fast. Da ist eine Leiche. Das ist ein Ereignishorizont. Ja, aber Dr. Daniel Jackson sagt echt umgangssprachlich die Wolke genannt. Äh, ach ja, ich hab Johnny hier runter gewo- Johnny lebt wieder? Johnny lebt? Ah, Flori! Flori ist es? Boah, ich bin da mit der Hand gelaufen! Alter! Mach mal produktiv! Ich sag es nochmal. Wodurch ist Streich gestorben? Johnny, bist du mit der gesprungen? Ich bin durch Portal gelaufen gestorben. Ja. Ich bin in den Tod gesprungen und Johnny ist einfach hinterher gesprungen auf Walltrain. Ich habe schon gemerkt, dass ich eine Melonen auf dich geschossen bin. Ja, und deswegen bin ich ja runtergeflogen und habe kurz vor dem Runterspringen nach der Disco oben hingelegt. Bist du durch die Disco runtergeflogen? Ja, irgendwie schon. Hä, ich dachte ich hätte... Ich hab noch 16 Leben und hab mir irgendwie gedacht, dass du irgendetwas Traderhaftiges gemacht haben musst. Und hab dann einfach in die Disco hingelegt. Wenn das gefahren wird... Nein, nein, nein! Raus, 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 raus! Raus! Ich bin gestorben! Ich bin gestorben! Das Problem! So, jetzt aber sind alle Shepherds. Hey, 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 hey! Nein, Axe ist eben auch mit mit zusammen. Von welcher Seite können wir jetzt rein, vor welcher nicht? Äh, jetzt könnt ihr von der Basis-Seite rein. Wenn das Ding... Der, wo wir jetzt sind? Oder von da? Ich weiß ja nicht, wo du jetzt bist. Na, 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 na. Was? Äh, ja, du kannst jetzt gleich da rein, nachdem die Wolke vorüber ist. Es wird die ganze Zeit geschossen, habe ich auch geschossen. Der Ereignis-Horizont. Drei! Verfolg mich bitte nicht. Das wäre nett. Das, was da rauskommt, ist aber trotzdem Glamotex. Ach, wir sind ja wieder überlegen. Ja, aber ich kann jetzt von der Seite... Umgang sprach nicht wie die Wolke genannt. Ah, okay. Oh, du bist da rein, oder? Ohne zu sterben. Nee, du bist der allerbeste Kollege, den man sich wünschen kann. Hey, ich hab's überlebt. Oh, er lebt. Äh, lebt man. Äh, lebt man. Haben wir in manchen Tönen nicht auch. Uiiiiiii. Dr. Wehr, wo sind sie? Na, wo bist du grad auf die Glamot? Nee, ich versuch hier die Degel rauszustimmen. Du kannst einfach mit dem Magnetostick. Oh, hallo. Mach ich gerade. Äh, na wo... shoppt hier? Können wir jetzt hier durch, oder nicht? Ja, ich denke... Wo bist du gerade? Jetzt kannst du da durch. Weil die stand... Weil die stand nicht zu den Degel. Also, ich geh vorher durch. Alter, ich hab überlebt, Panda. Ja, du hast nicht... Aber jetzt nicht mehr zurück. Sie angeguckt. Nein, ich hab auf meine Munizierung geguckt und hab nicht gecheckt, warum ich die 24 statt 36 bekommen. Hallo. Oh, hier ist ne Leiche. Du hast doch davor gesagt, du hast ne Leiche. Äh, Weepa wurde... Toll. Ich hab keine Munizierung. Ach ja, genau. Du musst aber ins andere Universum. Wir haben nen Dete hier drüben. Ich bin hier. Ich komme, ich komme. Hast du Johnny wiederbelebt? Nee? Das ist nicht. Nee, hast du Johnny wiederbelebt? Der ist durch ne Explosion übrigens gestorben. Ich aktivier schon mal Stargirls. Also, ich wollte Wannwarr an die Mann schreit. Deswegen. Bitte, was? Hätt ihr sein können, dass du wiederbelebt wurdest und deswegen Wannwarr an die Mann schreit. So, den Namen schreit. Hallo, Reepa. Dann können wir hier nämlich gleich wieder zurückziehen. Ähm, Kollege. Ich bin nicht böse. Soll ich mich wiederbelebt oder nicht? Ja? Reepa kannst du mich wiederbelebt. Bist dir sicher. Äh, weil... Einer hat dir Slam gelegt. Alle die schreien. Ohhhh. Stopp. Stopp. Was? Keiner geht hier raus. Keiner geht hier raus. Keiner geht hier raus. Keiner geht hier raus. Einer von uns hat ne Slam gelegt. Soll ich für dich Weepa da rausholen? Aus der Ecke? Mann, was? Ja? Ich trau dir den mal. Ah ne, ich hab jetzt schon gekauft gehabt. Wo ist die Slam? Seid ihr durch Stargate gegangen? Du kriegst den Defi und belebe später. Nicht durch Stargate! Mach ich, mach ich. Nee, mach ich nicht. Mach ich nicht. Wir haben gerade von der anderen Seite aktiviert. Okay. Wenn ihr gleich ne Explosion hört, dann... Ich versuche... Weepa da einfach... Ne, bleib ihn aber bitte wieder. Bleib ihn einfach wieder nach. Ja, das Problem ist... Exel! Das Problem ist, dass da direkt ne Slam liegt. Warum hast du dich da oben versteckt mit ner Reifel? Geh doch nicht raus! Nein! Ich geh nicht raus! Ich setz dich doch nur hier! Immer schiebt doch mich! So, Weepa lebt wieder. Ey, ich glaub wir können gar nicht raus. Pass auf Weepa, ne? Weiß. Lass Reepa mal in die Wand schreiten, wer es nein könnte, falls das weiß. Geh zu Panda, genau. Geh zu Panda. Da! Weißt du überhaupt wer es ist? Ich stecke in ner Wand! Ah! Weepa schreibt. F? Ich glaub es ist ein F. Ich glaub es ist ein P. Ist es ein F? Das ist ein P! Das ist Panda! F ist ja! Also Flori! Ja! Das ist ein Re lieber! Ist es Flori? P? Nein, ich bin's nicht! Okay, es ist Flori! Wieso nicht? P! Er schießt mich ab! Ey, warte, warte! Warte, ich bin mit Wandva reingekommen! Wandva, ich bin mit dir reingekommen! Nein, nein, es war ja auch ein F, ne? Es ist ein P! Es ist ein P! Es ist ein P! Ja! Dann schieß es mit Panda! Ja! Vora, das funktioniert! Na steck aber nicht! Warte, doch was! Warte, wag, warte! Vora, irgendwann mag ich mich schießen! Wirke,ぁ,ks continue! аз campo regen! Die Kerstörung funktioniert noch nicht so ganz. Es ist echt, Floy, ich hänge auch fest. Ah, die Slame von deinem Scherf. Hast du den Disco? Werfen wir den Disco? Ich hab nur nur Plasma, deswegen. Ich kann keine Granate werfen. Ah ja, Panda ist auf jeden Fall. Der Panda! Meine Güte, ey. Guckt ihr mal da oben zum Tor, wo man es aktiviert, da liegt ein Slam. Wie bist du jetzt da schon da oben? Ja, aber doch, dir hab ich doch gesagt, der schläft für keiner. Du hast jetzt die Konsole getötet, aber... Das ist ein P! Das ist ein P! Du hättest dich nicht durch die Konsole töten müssen. Du hättest mich einfach töten können. Dann wärst du auch vielleicht rausgekommen, keine Ahnung. Nee, steckt der ja vorher schon in der Hand. Hättet ihr mir auch einfach das genauer Scheid sagen können, dann hätt ich euch eben da rausgeportet. Ich kenn mich grad... Im Nachhinein... Creeper, du Blödsack! Oh, ich hab ein geiles Verstecktes. Ich hab's noch geschafft, mir ohne zu brüllen. Aber ich fand das sehr gut, wie der Unterschied zwischen F und P sehr deutlich wurde. Ja, hallo! Versuch nur mal mit der Bibel zu schreiben, weil's mir schwer ist! Du kannst doch mal mit Cobra nehmen, aber egal. Du kannst ja auch mit der Cobra nehmen, aber egal. Du kannst ja auch mit der Cobra fragen, wir beide gleichzeitig. Ist das ein F, ist das ein P? Du kannst ja auch mit der Cobra haben. Nicht durchgehen, nicht das Quartal, ist das gleich gleichzeitig. Und ich hab gesagt, C ist auf dem, wenn er drin ist, Mann. Man, aber lebst du noch? Jaja, ich lebe noch. Also kann ich auch. Genau. Ja, da wurde Doctor We 13 einfach mal von Doc McCray umgel blanketet. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was? Also mein Liebling ist ja immer noch Daniel Jackson. Von daher. warenIrasen. Kann man nicht durchs! Das ist das Stargate durchschießen? Ja, kann man. Man kann auch Granaten durchwerfen. Nein, ganz im Ernst. Wer ist euer Serienliebling? Ronon. Daniel Jackson. Kann man auch abbrechen. Das waren die ganzen Fans. Ja. Schreibt es doch mal in die Kommentare. Also bei mir ist es ja ganz klar Brigadier General Jack O'Neill. Der hat auch was, aber trotzdem. Ja, der ist halt so richtig classic. Hä? Warum soll ich gekauft haben? Weil da hinten ist dann das Gas so da irgendwie. Wir haben eine goldene Diege gehabt. Äh, achso. Du kannst damit jetzt auf jemanden schießen. Wenn du denkst, dass er T ist. Aber ich würde es dir nicht als Data empfehlen, Streuch. Sondern die jemand anderen geben, dass er die... Ja, will die jemanden haben? Ja, gib sie mir! Ja, gib sie mir! Ja, das ist Johnny gewesen, genau. Jetzt hat Johnny sie. Ja, okay. Hier, dann bring mich um, Johnny. Johnny schießt auf. Nein, warte mal. Nana? Oder? Warte mal. Ja, schießt doch nicht. Ich mach, ich mach Cobra. Der Druck ist mir zu groß. Dann mach ich es. Oh Gott. Nana wird... Irgendwas hat mich angeguckt. Ich glaube, den Sutz. Wow! Ach, du heilige Maria, Mutter Gottes im heiligen Leben. Oh Gott, nicht zufrieden. Ich will gerade ein Gebet sprechen. Das ist ziemlich Nahtod-erfahrungswesig. Ach, ich bin jemand Proven Traitor. Johnny, äh, Johnny kann das Ding nicht gemacht haben, dass der war so nah, der war so nah eigentlich. Der Stuhl hat mir gerade 30 Schaden gemacht, mit einem böser Stuhl. Ich war jetzt nicht da, also ich konnte es nicht beurteilen. Ja, also Johnny hat es zu 80% nicht gemacht, würde ich sagen. Ich bin im Weltraum nicht irgendein Körper. Niemand! Du kannst das Ding auch vom Weltraum ausmachen. Wow! Hier ist eine Granate geflogen. Ausmachen? Äh, eine Giftgranate. Giftgas, Giftgas. Vielleicht ist es dann Johnny doch. Die ist von da oben geflogen. Oh, ne, oben ist nicht gut. Äh, der Hut, der verfolgt mich. Von wo oben? Kann das bei mir oben gewesen sein? Du wirst einfach gar nicht gerade... Ich bin jetzt gar nicht sicher. ...spectated von dem Detail. Incompatible Door? Hängst du fest? Seht ihr das oben rechts auch? Ja. Irgendjemand macht hier eine inkompetible Tür. Das war ich gerade, glaube ich. Versöhnlich. Johnny, du hast einen Schuss an. Da wurde jemand getötet, Johnny. Ich war's nicht. Doch was ist denn jetzt gestorben? Keine Ahnung. Ich weiß es. Mit dem Tier geladen hast du dich. Allo außer dir. Und außer Johnny. Also ich mach die Tür nicht auf, ne? Also shoppen. Warte mal, warte mal. Da kommt ein Ratter. Warte, warte, warte. Say, say, guck mal. Say, warte. Was hält die denn an? Die Gaswolke denn immer noch da? Komm, komm raus. Say, warte. Das ist Camping. Komm doch zu mir. Ey, der Raum ist groß genug. Ich hab hier Raum nie bewegen. Ist der Asuka geöffnet? Ja. Ne, hast du's geöffnet oder hast du's geöffnet hier? Keine Ahnung, du oder du? Keine Ahnung. Namen werden hilffrei. Es ist offen. Es ist definitiv offen. Es ist offen. Ja. Aber von welcher Seite? Es ist offen. Warte, warte. Ich springe jetzt fast durch. Bei mir war's offen. Bei mir war's offen. Bei mir war's aufgemacht. Ich hab nichts gemacht. Nein, nicht durchspringen. Nicht. Ich spring durch. Ihr seid stärker als ich. Und das Fass sollte bitte auf dieser Seite bleiben, oder? Na wo? Na wo? Ich hab grad irgendwie gedacht, er wird nicht so gut wie tot, wenn er durchgeht. Ja, ich dachte, die sind so dumm und laufen nicht rein jetzt. Ich hab's richtig gehofft. Ich hab die Intelligenz grad irgendwie, du, unterschätzt irgendwie. Der blöde Friendship hat dafür gesorgt, dass er im Feld nicht wirkt. Nein, ich bin hier wieder hier, wo ich nicht rauskomme. Ich bin auch da gesporen im Portal. Warte, das machen wir. Hey Reba, du weißt nicht, wie wir hier rauskommen, ne? Ja, einfach das Ding da andrücken. Gibt's hier überhaupt Waffen? Man kann doch überall raus. Oh nein, wir sind in den falschen Teleporterraum gegangen. Macht er das da drüben jetzt an? Aktiviert einer das Tor. Ja, du sagst. Ah, ich fühl mich sicher mit Nana. Oha. Der Punkt. Oha. Ich bin auch grad, ich fühl mich sicher mit Nana. Ähm. Diesen Umsatz dürfte man nicht sagen. Nana sind wir jetzt für immer in den Raum gefangen. Einfach. Wo ist schon, äh, wo ist äh. Aktivierst du das, Navo? Kann man das von dir aus aktivieren? Wo ist die es kommen? Ja. Auf welcher Seite wurde es aktiviert jetzt? Nana, wir sind jetzt gleich für immer hier gefangen. Wir sind jetzt aktiviert, weil wir müssen hier raus. Wir haben keine Waffen und sind hier gefangen. Ah. Oh Gott, jetzt fühl ich mich aber sehr sicher. Zwei Dete gleich auf einen Haufen. Ich muss jetzt noch ein bisschen ganz runter. Warum habe ich eigentlich ein ungroßes Gefühl da dran? Auf den guten IT-MP7. Hast du noch nichts? Kann ich dir ein besseres Gefühl geben, irgendwie? Oh, aua. Was machen sie da? Du könntest etwas Bestimmtes machen, aber, äh. Bist du gerade? Exer. Ich kann nur auf jemanden mit der... Ich kann mit der goldenen Diegel auf jemanden schießen, Nana. Ja, sind wir. Äh, bitte? Ich könnte mit der goldenen Diegel auf jemanden schießen. Egal auf Inno, Dete oder Traitor. Ja, dann kommen Sie mal mit. Kommen Sie mal mit. Wir haben hier zu reden. Ab in den Konferenzraum. Da hat... Ey, was macht die Herde, Nana? Naja, super Disco! Oh. Oh. Naja. Ich lebe. So, wen soll ich nehmen? Yeah, ich hab's überlebt. Äh. Äh. Ha-ha. Wuhu. Danke, Nana, dass sie mir das gegeben haben. Dadurch hat's, nee, ein kurzes Leben gehabt. Okay, Massaker. Lebt noch eine Attacker? Nana hat alles richtig gemacht. Ich glaube, die sind alle tot. Und ein paar haben die fehlen. Ich hab den Traitor entsorgt. Ja, die Dete sind auch alle tot. Oh, ich hab nen Dead Ringer. Das ist cool. Oh, gut gemacht. Na, boh. Stuhl! Also, ich bin proven, ne? Ich auch. Ich nicht. Äh. Wer ist nicht proven? Ich. Wo bist du gerade, Johnny? Ich bin im Konferenzraum. Ah, ja, warte. Der steht noch drin. Ja, hier. Okay. Ah, sie glaube ich ja nie nicht. Oder Wanva hat gerade die Golden Digga um mich verwendet. Keine Ahnung. Also, damit... Bin ich proven. Ja. Ja. Gut. Ja, dann können sich die anderen noch duellieren, oder? Wart mal, wer ist denn der Rest? Nee, gar nicht. Wir haben noch drei Leute, die leben. Also, die noch nicht proven sind. Panda, Cyber und Sträucher, oder? Du sagst, ich kann da. Das kann da nicht. Das kann da irgendwo. Ich war gefunden worden. Da hat er seine Leiche irgendwie verschüttet gegangen. Hey, da hinten liegt ein unidentifizierter Deter. Ja, dann der Rest. Nee. Ach was. Okay, ich freue mich. Ich bin auch festgestackt, aber ich bin nur ein Meter weit weggeflogen, oder so. Und hab nur Schaden bekommen. Wann war? Ich hoffe, du hast mit der Golden Diege gute Arbeit geleistet. Ja, ja, ich hab die ja genommen und direkt als Slayer schossen mit einem Schloss. Ich bin tot gewesen. Deswegen, du hast eigentlich quasi den Slayer getötet. Ich glaube, ich hab mich geduckt in dem Moment. Ich hab mich auch eigentlich geduckt gehabt, aber ich bin plötzlich festgestattet. Jemand hat einen Deadwanger angemacht? Na, wo? Wie gesagt, ich hab auch... Aber Reaper, du wärst so da so gestorben, weil ich ein Fade hatte. Du bist an mir ein schwarzes Modell. Das kann passieren, Mann. Wer ist schwarz? Das war das... Ich bin schwarz. Das war das... Das war das Ganze. Einfach so... Ich bin schwarz. Äh, wer pflückt Baumwolle? Oh, ich bin der. Gibt's hier drin keine Waffe? Ich geh zum Baum und pflück Baumwolle. Hey, Johnny. Äh, mach das Tor auf. Ich will hier raus. Äh, welchen Knopf muss ich denn noch mal drücken dann? Ah, ich glaube, es war richtig. Kam die Wolke? Ja. Nö, das Ding ist doch schon nichts an. Ich hab die Wolke nicht gehört. Danke für die Diege. Nee. Und dann ist... Ist das nicht ein schöner Ausblick hier? Oh, irgendjemand will hier durch die Tür. Das ist ein Cyber-Bot. Hey, der Illustrator ist das. Wo sind Sie? Na, Wechse. Sträuchel, ne? Die ganze Zeit. Ja, go und Digo. Du hast den Mr. eine schöne Brille. Ähm, ich. Was findest du? Ich bin ein Verdächtig. Ich bin ein MP7, hab ich. Äh, Echse. Aber ich glaube, auf der Karte, ganz ehrlich, ist, äh... Sorry, muss ich machen. ...ne Shotgun besser. Ich kann mit Shotgun nicht rumgehen, also... Ah, nein! Ja, okay, das ist natürlich irgendwo ein Argument. Der Panda! Wann war... Äh, ja? So nicht, Echse, so nicht. Ich hab Echse getötet. Was denn? Nein. Es war mal tot. Äh, nee. Echt nix gemacht. Ich bin sowas von unschuldig. Ähm. Ach, da oben. Ach, auch noch eine P90. Mein Inventar ist voll. Aua! Jawoll! Warum ist niemand durch Stargate gegangen? Ich hab zwei Slams platziert. Ich konnte mir grad Stuhl holen. Äh, 25. Ja, vor allem, wenn du daneben stehst, ey. Wenn wann war das so... Ich hätt die Goldfliegel genommen und hätt nicht mehr der normalen Fliegel abgelaufen. Haha. Brutal. What? Ich war vorne, in so'n Spudrück. Hui! Ich. Auch nicht. Ja, nicht runter. Ich hätt' das da runter. Da war halt mein Target im Endeffekt. Ich hab eigentlich grad'n Fate holen. Ich hatte so kein Fate. Ich fand die Runde ganz gut gerade. Immer auf Nummer sicher gehen, wenn Dete das Target holen. Hey! Braust wie aus. Raust? Hey, Dete. Hey, ich bin Dete. Alter, Pfander! Was ist denn heute los? Du wirst sie sterben, Johnny. Ich schilder, ja. Pfander ist bei mir. Oh, du lebst ja noch. Dr. Wier, wo sind sie? Ich muss mit denen reden. Mann, man, dann sieht das cool aus. Ich bin grad beschäftigt. Ich muss Munition. Ich glaub, Streuch ist. Wenn ich sterbe, ist es Streuch. Wenn ich sterbe, ist es Lungen. Wenn ich sterbe, ist es ein Tretor. Wer ist das da hinten? Flori, guck mal, wenn dein Hüttert sieht das cool aus. Ich muss gar nichts mehr machen. Nee, die Nacht wird es nicht. Ja, wow. Such, 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 such. Ja, mein Du! Der leuchtende Schleubtisch. Von der Stationsseite. Du kannst durch. Du kannst durch. Schöte die. Los, geh durch. Ich mach' mir durch, das ist gut für dich. Ja, okay, ich komm mit. Mach' mal, mach' mal mit. Okay, ich komm' nicht mit. Komm mit, da ist der heilige Schleubtisch. Ja. Das ist der heilige Tod für mich. Oh, lass uns beten. Ich nehm'n Crowbar in die Hand. Naja, komm mit. Der heilige leuchtende Schleubtisch. Dein Herz, Mann! Hier. Mit Psychothese! Da schießt jemand von dir unten, ne? Panda hat geschossen. Herr, Snipe hat geschossen. Panda schießt. Will der Sword off. Irgendwas eskaliert hier doch gerade. Panda schießt doch gerade, hab' ich gesagt. Was eskaliert? Keine Ahnung, warum schießt du rum? Äh, Panda, ich würd mal aus dem Torbereich rausgehen. Warum schießt? Wanda? Kommst du mit jetzt? Wanda? Komm, der heilige Schleubtisch schießt. Der heilige Schleubtisch. Oh, ja. Wen soll ich mir nehmen? Keine Ahnung, was du willst. Ich würd die Echse nehmen. Ja, mach einfach. Was? Golden Eagle? Mach. Ja, okay. Ich schieß jetzt auf Echse. Boah! Boah! Echse! Ich nehm sie jetzt auf. Ja. Ich geb sie an dem Nächsten weiter und dann macht jemand einen zweiten Proven. Wieso wurde auf Nana geschossen? Du schieß jetzt auf den Nächsten. Gute Frage. Du schieß jetzt auf den Nächsten. Nee, du siehst außer mich. Ich bin eh schon Proven. Und nicht auf D, 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 nicht auf D. Ich bin eh ein bisschen Proven, gesäubig. Nee, auf den dahinten auf einen Illu-Trader, das du schießt. Auf einen Snay. Auf einen Snay. Oder auf Nana. Ey, warum, warum auf mich schießen? Mit der Golden Eagle. Oder auf mich. Könnte auch schießen. Schieß auf Cyber. Schieß auf Cyber. Schieß auf Cyber. O menn? teaches immer Mann! Schieß, auf Cyber würde ich nicht hoffen. Ist egal, dann habe ich es zwei Proven, Leute. Ja das hätte ich auch machen können ohne dass wir allen des Innos sterben lassen. Oh oh! Ah hier s'n Turtles, Turtles' im Treppenhaus. What the fuck, wo kommt die Banane her? unbe Neat Bombe, Baby?! Leutte, kommen nicht ins Treppenhaus, hier sind Turtles. Achtensier, Ausmerksamkeit, Ausmerksamkeit, Ausmerksamkeit... Nana ist es. ich helfe euch ja ich habe ihn okay ich habe es geschafft das ist korrekt ich würde die mag ja vielleicht mal praktisch ja das ist nur eine hi johnny shopst du da gerade ja ich darf aber auch shoppen das machst du fein ja anma ich habe nie das machen jetzt ist sie weg ich glaube es ist gerade gestorben ist das die date gleiche ja das ist die date gleiche wo ist der andere johnny sind da noch ob da Punkte drin sind ja oder ich kann den nicht konfirmen irgendwie ne du musst einfach reingucken keine Punkte drin wenn ich denn ich brauche Hilfe hier Stuhl ne waren keine Punkte drin hier hallo auf der Treppe nach oben in alle Richtung ja kommt was liegt hier denn hier oben zum Konferenzraum hier ich kann nicht durchschieben das geht nicht ich will nach oben ja ich ich halte die Klaus egal wir sind mit weißen Haaren gell oh naja ja was ist passiert sind die Menschen tot warte mal ich belebe dich wieder ist meine Schuld was ist passiert Entschuldigung johnny hat gerade eben Exo umgebracht den Rob Disguise er hat aber war eh nur ich hätte gedacht das wäre ein normales wieder am Leben äh ja ich werde beschlossen ne ich dachte ich bin geschossen au ich bin angeschossen worden von wo ist denn der äh ding ist wieder der ah ne madkid wo ist denn das Teil um äh wie wird er beschlossen äh ja ja schade johnny ich dachte ich glaube du würdest mich schon wieder benehmen na wir sind nicht genau aus na wo ha 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 so äh und hab der eigentlich mit dem gleichen da vom balkon runter geschmissen ja Überlänge ne bei Stargate kann man da schon mal Überlänge machen na ist halt Stargate ne genau geht das da Da kann man sich da mal erlauben. Da, oh, oh, jetzt, ich hau ein Boardwitz raus. Ich hau ein Boardwitz raus, okay? Also, auf der Karte, ne? Da geht das immer. Aber ich hab Angst, dass man fest ist. War der nicht gut? Da habe ich jetzt noch mal eine bescheidene Frage an euch. Nicht bewegen. Auch an unsere Zuschauer. Was für ein Crossover würdet ihr gerne mal sehen wollen? Mach mal die Tür auf. Ich will nicht. Da. Jetzt haben wir weiter drauf gedrückt. Handcuffs muss sich ankündigen, oder? Das ist eine Wache. Oh, Exo und Wann war sind Tee? Äh, Inno. Nee, Dete. Exo und Wann war sind Tee. Johnny, bleib stehen, bleib stehen. Nein, ich will aber nicht. Was musst du machen? Irgendeiner hatte doch gerade eine AWP nachhand. Da gehst du schon wieder fest? Jemand, der die Treppe hochkam. Jetzt hat Johnny Handcuffs an. Kann man die auch wieder abnehmen? Die gehen nach 45 Sekunden wieder ab, ne? Echt? Ich will weg von dem, der ist verrückt. Das Schöne ist, dass er auch immer seine Tee-Waffen dann verliert. Echt? Ja. Na, Flo, na, na, wo? Komm. Awww. Wieso ist das eigentlich noch so leise? Hat niemand das Stargate aktiviert? Das ist... Nö. Klar, war das jetzt ernst? Ja, klar war das ernst. Äh, kann ich, das kann ich doch nicht automatisch machen, oder? Also, ähm, ich, ich würde gerne mal ein, ähm... Ja, ich lebe wieder. Vampire Diaries und... äh, Supernatural Crossover sehen. Küst du ja deine Waffen wieder, oder? Oh, aber wo wir gerade bei Serien sind, ne? Wer von euch hat Netflix? Den Trader Waffen insgesamt weg, oder was? Ja, meine wenigkeit, ne? Ja, sehr schön. Also, ist man nicht nett von dir. Ohne könnte man nicht leben, ne? Okay, Johnny. Na ja, Netflix sind schön, ne? Also, ich hätte eher einen Crossover. Das ist eh ein Crossover. Das ist eh ein Crossover. Mach dir ein YouTube-Video, was du Netflix und Chill nennst, und du wirst viele Aufrufe kriegen. Du hast meine Waffen selbst, ne? Ey, wurde das von dir akzeptiert? Das ist dein echt? Du hast meine Waffe, das von du warst, was du warst, was meine T-Waffen, mein Traum. Du hast auch... Ah! Summen wir. Yay! Wir kommen jetzt ein Flechtz. Panda ist hier, glaube ich, da shoppen sich gerade ein... Panda shopst du hier gerade? Ohne Grund. Ah, endlich. Aha! 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 Ja? Du bist der Einzelne, der hier war? Nein! Wieso? Ich weiß gar nicht, was hier passiert gerade. Hä? Na, na ist es! Na, na ist es! Nein! Mein Profit ist klar. Alter, das ist... Wo, 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 wo! Na, na ist es! Na, na ist es! Geht nicht! Geht nicht durchs Tor! Geht nicht durchs Tor! Da liegt... Da liegt ne Mine! Da liegt ne Mine! Okay, nicht durchs Tor! Hallo? Hey, na! Das glaube ich, Nana mal ausnahmsweise. Da wurde einer gemessert! Oh, Panda ist ja tot! Kordete! Kordete! Ja! Ja, wir sind auf der... Auf der Station sind wir. Ja, toll! Ne, da ist unser Zielkollege tot! Ach, da kommen wir nicht rum! Ja, ja! Nicht durch das Tor gehen, ne Exe! Johnny und Dave sind aber so hundertprozentig, so mit einer von denen schießen die zweite! Ich hab leider keine Punkte mehr, also wo ist das denn überhaupt? Soweit einer von denen schießt, könnt ihr beide abklappen! Oh! Bei mir sind die Punkte auch geklaut werden von... Wie auch immer! Also, äh, hier ist alles safe jetzt! Ihr könnt ruhig raus! Johnny und Dave 90%! Jaja, ich mach gerade das Tor, das wir da rein können! Gut! Wählt jemand und dann... Naja, ich bin grad dabei! Dauert ja ein bisschen, weiß man ja! Äh, warte kurz! Bleib kurz mal stehen, Johnny! Hast du ein paar Punkte für mich? Ach so, schade! Kann ich nicht mehr für so... Hab ich schon mal gesagt, dass das ein bisschen Paus ist gerade? Ja, warte mal, ich glaub ich hab noch einen... Ja, ich glaub, ich hab noch einen... Ja, ich glaub, Riefer ist tot! Ja, ich glaub, Riefer ist tot! Warte mal kurz, ich hab stehen und überweis dir schnell... Echse nicht töten, bitte! Haha, ja klar! So Leute, ihr könnt durch, hier ist alles safe! Okay, ähm... Ich kauf den Diff-Later, wo war genau? Die sind echt beide, oh mein Gott! Wo ist der T-Kollege? Ich weiß es nicht! Ex, wo ist denn der? Ex ist Nana als neuer Trader-Kollege! Ja, wo waren denn? Das ist die Frage! Keine Ahnung, der lebt aber auf jeden Fall noch! Es macht aber keinen Sinn! Ich hab Panda umgelegt, also macht es keinen Sinn! Also Nana ist als einziger Puvni in dieser Welt! Okay, sorry, ich hab's nicht mitbekommen! Also Ex, wo ist Panda? Ja, ne? Also es sind auf jeden Fall Stay und Johnny nicht schießen! Aber sie haben ja selbst noch nicht geschossen! Ich check hier grad gar nichts mehr! Eskalation! Irgendwo ist hier ne Insti! Ja, auf der Treppe! Au! Oh, was ist das? So, ich hab die... Ich hab die Laser-Mine deoxidiert! Na, ich geh mal in Baden! Der Baden! Der Baden! Hey! Okay, Stay! Na, äh, Stay! Der hat ja glaub ich was angeplantet, glaub ich, Aber ich hab der hat ja gar drauf angeplantet! Warte, das war Reaper! Johnny! Hä, Reaper ist beinah tot! Äh, Nein! Reaper ist... Reaper ist tot! Okay! Ich hab Wann-Wanns Gesicht geschickt! Ja, 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 das hab ich überlebt! Auf, auf, aufs Johnny und Stay aufpassen! Wieso? Warte, warte, warte! Ein... Ein Detektiv muss mitkommen! Ich werde die... Trader-Leiche übernehmen! So, Ablenkung machen wir hier nochmal was! Ja! Äh? Dann irgendwas nicht fest! Na, wo können wir fallen, bitte! Lassen fallen! Was? Ich hab ihn doch schon fallen! Er hätte jetzt auf Stay geschossen! Flori war's! Ich war's nicht! Nein! Das war Flori, oder? Nein! Äh, ich hab ihn Reaper getötet! Weil er aus dem Deadwinger kam! Vor mir so, direkt! Wer hat ihn angeschossen vorher? Äh, Navo, glaube ich! Oder? Ja! Kann das sein, ja! Na, ist Navo proven! Oder? Ja! Ja, jetzt sind eh Stay und Johnny sehr wahrscheinlich! Ja, beide! Genau! Ja, klar! Ja, solange sie nichts machen, schießt sie auch nicht! Also, keine Säuge! Die Feuillermal, die bin ich! Äh, ich brauche nochmal ein Dete hier auf die Raumstation! Kann wir grade nicht durch, Torsten, noch nicht aktivieren, ich bin fast tot! Könnt Semir vielleicht nie einen Matkid geben oder so? Ich hab keine Punkte! Ach, was hat das vielleicht habe ich auch nicht Naja ich hab ich, die verdächtige ich auch noch Die sind beide Ich hab auch keine Punkte mehr So äh Na gut ich komme noch mit der Leiche zu euch Stimmt mach das mal Spreuch es So Mann was sagt der Macht? Okay Wir können nur 3 haben Ja ich würde sagen das war's für diese Runde Und tschau bis zum nächsten Mal Und tschüss 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 Tschüss